Applaus Leiden Sie manchmal unter Verfolgungswahn? Haben Sie manchmal morgens das Gefühl, unbedingt aufstehen zu müssen und zur Arbeit zu gehen? Liegen Sie manchmal wach im Bett und betrachten Ihren Ehepartnern? Spüren Sie manchmal eine gewisse Angst, die Kontrolle zu verlieren? An einem ganz gewöhnlichen Tag kann sich Ihr Leben ändern. Mitten auf der Straße. Die Autos nehmen zu kleinen, blitzenden Medaillons. Probieren Sie es. Öffnen Sie eins. Und ein kleines Menschlein lacht sie an. Ganz freundlich. Ich wache auf. Woher steht ein Brindermann? Schaut mich mit dunklen Augen an. Der Café ist fertig. Ich witt es zu verzeih'n. Die Tür stand offen. Ich dacht, ich schau mal rein. Sie lagen im tiefen Schlaf. Sie schliefen so fest. Da hab ich es nicht gehofft, sie zu stören und hat Kaffee gekocht. Vergilfung. Wir sind einander nicht bekannt. Entschuldigung. Die Haustür stand. Ganz weit geöffnet. Ich dacht, ich schau mal rein. Ich wollt nicht stören. Ich witt es zu verzeih'n. Ich hab ein wenig die Zeit genutzt und hab ganz aus dem Fenster geputzt. Schauen Sie, die Scheiben sind nicht mehr blind. Jetzt kann die Sonne gucken, wo sie sind. Ich fühl dich mal so frei. Und es gibt auch ein Angst. Ansonsten, es ist wünsche nichts geschehen und es tut mir leid. Ich muss jetzt gehen. Vielleicht, dass wir uns mal wiedersehen. Lassen Sie die Tür doch öfters offen stehen. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.